ja damit herzlich willkommen zum neuen teil von super und wir versuchen heute einmal in die liga 7 zu kommen wir sind jetzt so kurz davor dann kommen wir dieses marat kiste nur immer mal schauen was man überhaupt noch mal aus dem markt bekommt ob die besser als eine gold kiste ist oder wie ich das kann man hier auf jeden fall gucken hier ist eine kiste er steht hier hohe chance auf neuen charakter leute also wir bekommen einen charakter wobei 28 prozentige chancen selbst bekommen und noch dazu noch bis zu 1200 münzen und 50 tokens bekommen wir auf jeden fall gold kiste da haben wir chancen auf neuen charakter 11 prozent und 250 münzen und 10 tokens also das mark ist auf jeden fall deutlich besser also leute wir können aber nach einer marat kiste das ist doch nice ich gucke jetzt dass ich öfters bei den ereignissen vorbeischau also jeden tag einschalten so damit ich mal genügend solche tickets habe dann kann ich vielleicht hier irgendwann mal was kaufen einfach krass wäre es die legendäre kiste oder so oder dass ich halt zumindest so ein emote oder so kriegen könnte das ja halt nice aber von der letzten saison die waren da war hat ein bisschen gefehlt so die öffnen wir schon mal gewöhnlich oder selten ist braun selten ist silber das heißt wir wir hatten also die heißt es hier ist wirklich episch achso und wir haben auch noch neues item und zwar ja wahrscheinlich hier oder alte ist natürlich die cluster bomben bomben explodieren in drei kleineren in klein genau reden kann ich heute noch nicht bomben explodieren in drei kleinere bomben 40 prozent schaden und radios 50 prozent genau habe ich auch jedem ich glaube jedem ausgerüstet soweit ich weiß ja also wie es fehlt mir viel auf jeden fall hoffe ich dass wir auch neuen charakter dann bekommen also auf geht's jetzt solo kampf wir brauchen auf jeden fall nicht mehr so viel kann sogar sein dass wir nach dieser runde direkt schon haben ja wir haben hier sieben erreicht haben ich bin grad ich muss ein bisschen einspielen ich weiß nicht wo kommt der jetzt auf einmal her ja ich glaube das reicht ihr nicht ich weiß jetzt gerade ist aber irgendwie muss glaube ich ja keine ahnung ich glaube eher nicht dass es gereicht hat hier kann man das glaube ich noch nie sind aber wir machen es direkt noch mal in kampf weil das reicht safe nicht man hatten am start man seht ihr halt das werden dann drei einzelne aber mehr haben wir jetzt auch nicht deswegen die vielleicht einen kleinen rückzug machen und hier den speer schnappen noch der hat gar nicht mehr viel ich wollte gerade schnappen und dann hat der den geschnappt ja schade aber egal hauptsache weg ich gehe mal ich ja auf jeden fall wäre schon nice wenn wir neun karakter kriegen würden ich glaube egal welchen alle wären nice weil wir haben schon die anfangs charaktere würde ich so sagen wir brauchen sie hier haben wir noch wir haben nicht mehr viel ja scheiße ich dachte jetzt ernsthaft das mädchen würde da so einzeln rumliegen aber sehr klar dass da jemand schnappt jetzt haben wir jetzt wechseln wir zu silber wir werden auf jeden fall nicht mehr lange überleben sag ich es doch hatte denn legen wir einen speer oder sasaurus diesen dreizeit nee hat er nicht sasaurus egal doch hat er wohl hier unten ja das war auch die runde wieviel trophäen haben wir bekommen plus drei wir können auch mal schauen wieviel trophäen man überhaupt braucht weil also bald kriegen wir eine neue kiste sehen wir hier ja bei wieviel trophäen bei wahrscheinlich 2500 ja das heißt wir brauchen schon noch zwar ja 22 ok machen wir jetzt duo nochmal ja komm ich bin echt gespannt was für einen wir bekommen also wenn wir überhaupt einen charakter bekommen es kann also auch sein dass wir keinen bekommen weil es so hoch ist die chance dann auch wieder nicht ach so stimmt die haben ja noch einen partner habe ich gerade ganz vergessen ja bronzebomben am start und ein medgit guli 009 genau du bist jetzt gleich weg vom fenster jetzt tschüss mit dir zweites medgit und jetzt alles in bronze hier 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 silber ähm gut dass er noch gekommen ist ja hier liegen drei einfach ne ich muss dran denken bevor wir das nächste medgit einsammeln muss ich kurz eins einsetzen damit ich wieder platz habe jetzt gerade geht es natürlich nicht weil ich komplett geheilt bin aber wenn es dann soweit ist das sieht verdächtig aus ich treff das ist jetzt ein witz ich treff diese ne ich treff einfach dich scheiß ding nicht ja komm ich muss gar nicht mal ins feuer laufen weil der ding ding geschnappt hat mein joey nice er kriegt ja keinen schaden für das feuer für das feuer sind beide ziemlich schnell und so so schnell kann man gar nicht gucken zwei sekunden zack weg beide so schnell kann 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 man nicht gucken was was sind das denn für leute hatte das ist ein adler wie viel tropieren drei okay das okay dann brauchst du weg das heißt wir brauchen ja oh mein gott wir sind jetzt mit dem louis zusammen leute das kann doch nur ein sieg werden oder nicht ein louis bruder also noch 19 tropäen alter dieser louis wir sind mit dem louis zusammen ja komm das rocken wir jetzt auf jeden fall ich will mich natürlich nicht zu früh freuen aber der muss doch der ist schon stark so ich schnapp kurz den bronze-setting okay wir beide ich glaube der hat sogar schneller als ich geholt der kann einfach die mäuse so glaubt es da so aus wenn er die so vorgeschickt hat dann kann er schon mal vorgucken ob im gebüsch vor ihm schon jemand ist ist ja auch nice da kommt dann die hin das ist ja richtig nice ich weiß nicht wie wir ab jeder hatte aber auf jeden fall ach scheiße ihr habt doch schild dabei okay so jetzt komm das rocken wir komm das rocken wir alle warfen in silber was ist das denn hier eigentlich für ein krieg hier ich bin gleich down er hat halt gar nicht so viel leben aber er macht es auf jeden fall gut können sogar ins fenster bomben rein werfen also durchs fenster also der macht es auf jeden fall richtig gut das kann man schon mal sagen wir werfen schon mal rein falls der mit ist ist aber keiner gut also ja die bomben haben jetzt nichts gebracht aber die sind ja schon wieder aufgeladen ich geh schon hier durch nein nicht alter das darf jetzt nicht das ende sein ach du scheiße das ist doch unglaublich was wegen diesen leck da bin ich einfach rausgeworfen worden und deswegen haben wir jetzt einfach verkackt ach komm schon das war so ne gute runde noch 10 ach du scheiße ja gerade eben einfach das liegt ja auch echt doch nice einfach wegen diesen ey das ist doch unglaublich oder nicht da kam einfach so ein blöder leck wo hier war rausgeschmissen aus dem spiel und dann äh ja hab ich es doch nicht geschafft ich lass ihm die bomben ich lass ihm die granaten 001 auf jeden fall nimm die eine ne nehmt du die wer wo ist denn der hier der hat einfach goldene granaten Ich habe jetzt einfach goldene Erde legen, deren. Medkit nehmen und dann das nächste. Zack. Ich hätte sowieso jetzt Medkit nehmen müssen, weil wir... Hier liegen noch mehr Medkit nehmen und dann... Leider kann ich nicht noch eins nehmen. Scheiße, schade. Echt schade, weil hier liegen aber noch zwei. Ist er schon da unten? Nee, oder? Nee, der ist noch da. Medkit nehmen. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Hey, weg mit dir jetzt endlich. Ich kriege den einfach nicht. Was ist das denn? Nicht an der Zone sterben. Ich will... Nein. Ich hüpfe in die... Ich hüpfe... Ich hüpfe in die Zone. Ins Feuer. Der, der kommt mich nicht mehr retten. Nee, nee, nee. Ach, du Scheiße. Nein. Ich bin doch so... Komm, du rockst es jetzt. Ja. Ja, Mann. Komm, mach sie alle platt, mach sie alle platt jetzt. Ich werde in die Wand dahin. Komm, mach sie platt, mach sie platt. Ja. Ja, ja, Mann. Nice play. Komm, mach sie platt jetzt. Da liegen ein paar Medkit. Ja, ja, nee, ah. Ach, du Scheiße, das wird knapp, das wird knapp. Jo. Er holt die noch, er holt die noch. Medkit einsetzen. Ja, Mann. Boah, das wird... Ja, jetzt, jetzt, ja. Es war knapp. Es war knapp. Verdammt knapp. Noch acht. Also, ich mach jetzt noch so lange, bis... Okay, ne, Kaffeetasse. Ich mach jetzt noch so lange, bis... Wir, die, auf jeden Fall in Liga 7 sind. Okay, jetzt gibt's... Was ist das hier? Ich bin einfach sofort gestorben. Ich glaub, kriegt mich nicht mehr. Nein. Nein. Okay. Aber er lebt noch. Jetzt auch nicht mehr. Ja, was war... Das war jetzt wirklich... Ja. Weiß auch nicht, was das ist, wenn die Runde war. Min... Minus fünf Trophäen. Wies. Das heißt, es wird noch länger dauern. Ja. Trophäen jetzt noch. Da... Da geh ich auf gar keinen Fall rein. Das ist... Hä? Ach, das ist ein Mitspieler von mir. Ach, lol. Wir haben einfach eine Eidex. Ich dachte grad... Ja, doch, dann kann ich ja wohl rein. Das sieht ja nichts. Das bin ich... Ich will die ganze Zeit Granaten machen, aber ich hab gar keine... Ich hab einfach nur einen Speer. Das ist ja komplett scheiße. Ich muss jetzt hier irgendwo schnell... Ding holen, weil... Ja, gut, hier. Wenn wir jetzt verlieren, haben wir minus fünf Trophäen. Minus vier jetzt. Also, wir müssen wirklich... Aufpassen, weil ich möchte nicht... Dass es noch länger dauert. Ich bin schon mal so ein Ding reingelaufen, halt bei... Äh, und dann... Ich weiß nicht, was... Ich glaub, ich bin dann direkt gestorben oder so. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall richtig viel Schaden hab ich bekommen. Das weiß ich noch. Also, der Teil wird doch ein bisschen länger, weil... Ich will jetzt nicht noch mehr... Weil sonst dauert es umso länger. Wenn jetzt sterben. Das sieht's auch echt so aus. Es leckt... Warum leckt es jetzt wieder so? Okay, jetzt schon mal null. Zwei. Ich geh grad nur auf die Trophäne drauf. Vier. Es leckt einfach nur brutal. Ich kann nicht... Doch, vielleicht kann ich noch hätten. Sechs. Ey, geh, haut doch ab von meinem... Nein, nicht ins Feuer. Ach du Kacke. Aber acht Trophäne dazu. Das heißt... Ja. Fiel nicht mehr so viel. Ich würd sagen, wir machen jetzt nochmal... Solo. Vielleicht bekommen wir dann mehr draufhören oder so. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Während haben wir da. Das könnte ein bisschen länger dauern, aber... Also... Wie viele fehlen jetzt genau? Ich hab jetzt nicht mehr drauf geachtet. Fünf. Jetzt komm. Letzter Kampf oder nicht? Wir brauchen fünf... Einfach nur fünf Trophäen. Also ich gucke jetzt einfach nur, dass ich... Lange überlebe. Umso mehr Profäen bekommt man. Ich glaube aber, wenn man welche killt... Kriegt man auch nochmal viele dazu. Also wird's... Können's auch schneller... Schaden willkommen. Da kommt safe mit. Da hinten. Ich will doch... Ich will jetzt nicht fünf Trophäen verlieren. Vier sind's jetzt nur noch. Ich geh jetzt nur noch auf Versteckerbasis oder so. Oder Wegrennbasis oder wie auch immer. Die dürfen mich nicht verfolgen. Machen sie aber alle. Weckt von dem... Jetzt ist ich bis in der Klemme. Ich hoffe, dass... Ich kann hier nicht lange aufwenden. Was ist jetzt? Drei sind's nur noch. Ich habe halt so wenig HP. Zwei. Okay, minus zwei. Null. Gut. Eins. Also noch vier. Zwei. Uah. Noch ein. Ja, wir haben's. Und es ging genau dann gestorben. Das heißt, wir müssen jetzt genau... So viel... Genau... Äh... Genügend Trophäen haben. Ganz genau. Es ging jetzt einfach nur ums Überleben. Weil ich wollte nicht, dass es jetzt zu lange dauert. Das heißt, wir müssten jetzt Liga 7 sein. Das heißt, jetzt kommt der Moment, wo wir in die Liga 7 einziehen. Zack. Freischaltbare Charaktere. Haben wir jetzt den Hai. So. Öffnen wir nun diesmal Raktkiste. Ach. Wie kann man so viel Pech haben. Ich habe mich doch so gefreut auf neuen Charakter. Es gab keinen. Ja, ach so. Also bitte. Das war's ja echt komplett. Das war's komplett. Auf... Hauptsache wir sind jetzt Liga 7. Ich habe mich gefreut auf neuen Charakter, aber... Ist jetzt nicht passiert. Ist auch... Ja, ist jetzt so passiert. Schade. Sehr, sehr schade. Aber... Was soll man machen? Auf jeden Fall können wir dafür noch einen Bug aufrüsten. Verbessern. Das ist eigentlich auch... Irgendwie sind es etwas. 50 Token für ihn, deswegen. Level 7. Können direkt nochmal, aber wir... Erstmal brauchen wir 4000. Das heißt, wir haben einen neuen Slot für ihn. Neu Slot frei. Also hier... Hier ein leeres Lot. Dann machen wir... Was machen wir hier rein? Zack. Genau. So. Ja, schade. Aber... Immerhin... Sind wir jetzt Liga 7. Was gibt es da so alles? Gar nicht so viel jetzt. Ja, keine Ahnung. Da gibt es eine silberne Werkzeugbox. Und dann Liga 8. Da gibt es eine Werkzeugbox Gold. Wie wir letztes Mal schon hatten. Dann eine Werkzeugbox Silber. Aber hier weiß man gar nicht mal... Es steht noch demnächst. Also man weiß nicht, welches Charakter man so bekommt. Und deswegen... Wie Liga 15 geht es noch weiter. Hier ist sehr viel bei Liga 15. Okay. Ah, und zum Schluss noch eine Legendary... Eine legendäre Kiste. Okay. Ja. Dann würde ich sagen... Sehen wir uns nächstes Mal wieder. Wir haben es in Liga 7 geschafft. Und ja, würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal und Tschüss.